Ah, ja, ja. Du meinst Kaffee kochen. Nein, nein. Nee, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Es reicht's. So, sorry, Leute. GAME! Ah! Du, du hast eben auch gecheatet. Ich mach jetzt... Ich hab aber nur genommen, was im Spiel schon vorhanden war. Ja, ja, ich hätte auch hier meinen Block hier platzieren können, den sollten wir behalten. Toll gemacht, Schwein, danke, weißt du, vielmals. Danke für nichts. Danke für Schwein, also ich nehme jetzt hier meinen, ja geil, ist der auch noch runtergefallen. So, jetzt wird's bestimmt noch fieser, so, die zweite Hälfte. Und das ist erstes, zweite Puzzle und so, ach Gott. Checkpoint. Ich hoffe, das Ding besteht nicht nur aus Jumping Puzzles, ey. Ohne Mist. Aber wahrscheinlich... Drowning Rooms, Checkpoint, Drowning Rooms. Was, du hast es bereits geschafft? Du hast es schon geschafft. Hast du gerade Drowning Rooms gesagt? Jaaa. Wow, there is a lot of water in here. It could be an Ocean, but what ocean has glass blocks in it? Ohne Mist, du hast gerade Drowning Rooms? Jaaa, jaaa. Nein, wer ist denn so sadistisch? Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas, Jens? Wer macht das? Du, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir die Tür hier offen lassen. Jaaa, von mir aus. Wo bist du denn? Ich komme, ich bin gleich fertig. Es ist hier, wo die Fackel ist, muss mal hoch, ne? Ach. Nix kannst du. Nicht mal cheat. Ich hab... Ja, du hast mich ja runtergeschmissen, ja? Als ich hier mich schön hochgecheatet hab. So, und jetzt komm ich. Ausgleich und Gerechtigkeit. Jaaa. Oh, da ist ja Lava! Oh mein Gott. Da ist ja... Ich dachte, du wolltest mich verarschen und hättest da Lava hinter... Was machst du denn da? Ich ertrinke. There is a lot of water. Ah, Drowning Rooms, ja. Das ist ja total... Total sadistisch. Wer... Ich muss zurück. Du musst hier... Nein, hier ist ein Briefing Hole. Ja, aber ich bin schon am... Oh. Edge. See you later, sucker. Ah, ich komm hier nicht hoch. Aber ich hab ja den Jackpoint. Bye-bye, Schwein. Ich mach dann schon mal weiter. Swimming, swimming, swimming. Ja, alle zusammen. Ja, nee, nee. Checkpoint Room. Drowning Room. Oh Gott, man kommt hier ja gar nicht durch. Drowning Room, ja, ich seh's. Hä? Ah, Air Pocket. Ach, ich muss wahrscheinlich... Ohhhh. I see. Du nimmst dir ein Mine Card. Oh, hier ist Clay. Ein Mine Card? Sind die Checkpoints so mit... mit Cheatensystem? Ja. Cool. Hier sind Federn. Was will ich denn mit Federn? Oh nein! Da hat jemand mit Federn LOL in ne Kiste geschrieben. So ein Arschloch. Sadistische Schweine. Schweine, verstehst du? Äh... Ich versteh grad nicht, wie das mein... Oh Gott! Oh nein! Ich sterbe hier, wo die... wo die... wo die Federn waren. Ah, da ist ne Strömung entstanden und ich kann nicht auftauchen! Nein! Gut! Nein! Was für Assis! Ah, nein! Oh, ihr... Ihr Homo-Assis, ey! Nein! Ach du Scheiße! Viel Spaß! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ja, ich hab natürlich schon meinen ganzen Gram verloren, den muss ich jetzt wieder zurückholen. Oh! Hier ist Clay! Ich hab einmal zurück verloren! Ich hab mal im Anfang... Ja! Hm... Ach! So! Drowning Room! Drowning Room! Oh Gott! Es ist der erste Checkpoint! Der erste Checkpoint! Warte! Nehmen wir mal ein Minecart! Ja, wir haben auch nur ne begrenzte Zahl an Continuous, ne? So... Drei Minecarts! Hä?! Wie soll das denn funktionieren? Was? Breathing Hole! Ah! Ich hab doch... Ich hab doch eben dreimal gesagt, das sind Breathing Holes! Ich hör dich zu, wenn du von Löchern redest! Da krieg ich immer unangenehme Gedanken! Ah! Selbst... Selbst schuld! Also... Da weiß ich auch nicht, ne? Ach, toll! Mh... 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 Ja, ich sag ja, das fängt ja gut an. Oh, Mann. Also, Schwein, auf ins Abenteuer. Hier rein, ne? Auf ins Abenteuerland. Tu es. Uh, Achterbahn, yeah. Bitte halten Sie die Hände im Wagen. Ach, fick doch. Boom. Oh, hier sind ja schon 300 Minecarts. Ich nehm mal eins mit, so, weißt du, so, als Notfall-Dings. Ja, mein ganzer Kram ist jetzt weg, aber, weißt du was, ist mir voll egal. Ja, aber der blaue Block. Ja, den, dann taucht er halt auf magische Art und Weise wieder auf am Ende. Außerdem, ich kenne in Minecraft nichts, was man prüfen kann, ob ich einen blauen Block im Inventar habe. Ah. So, diesmal für Erwachsene. Breathing Hole. Atmen. Ich höre doch schon wieder, dass da einer... Sobald du anfängst zu ersaufen, du kannst ja auch nicht mehr auftauchen. Doch, du kannst ja noch rumtauchen, klar. Ja, nee, du kannst, wenn du, wenn du einmal dringend bist, dann, äh, dingst du ja nicht mehr hoch. Ja, klar, aber du lädst dich ja wieder auf. Weg da, Luft. Selber weg da. Yes. Ich bin in der zweiten Etage. Du hast das Ding nicht mitgenommen, den Block. Ja, ist der noch da? Ja. Wow, dann nimm ihn. Hast du ihn genommen? Nein. Dann geh wieder runter und hol ihn. Nein. Geh ins Briefing Hole hier, komm, kuscheln. Hi. Und hol den Block. Nein. Hol den Block jetzt. Ah, so. Hol den Block. Ey, es ist mein Briefing Hole, geh schon. Ich will auch was von deinem Loch. Nr. Gib mir was von deinem. Zu viele Lochwitzen von meinem Blowhole. Geh mal jetzt, geh mal jetzt den Block holen. Sag, hör doch mal auf, ich muss hier rein, Mann. Ja, so. Jetzt weißt du wieder, ne? Wo dein Platz ist, Schwein. So. So, diesmal bin ich schlau. Und geh ins Briefing Hole. Kluges Schwein. Und ich geh jetzt mal weiter. Äh, hier geht's runter. Ich hoffe, du ersäufst kläglich. Ja, ja. Ich bin ein Beutel Katzen. Hättest du wohl gerne. Ja. Oh, hier geht's hoch, hier geht's hoch, hier geht's hoch, hier geht's hoch, hier geht's ganz schön hoch. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Oh, ich hab ein Easter Egg gefunden. Wow. Oh. Ich hab ein Easter Egg gefunden. Du nicht, Edge. Ich verrate dir nicht, wo es ist. Oh, du kannst... Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Naja, da oben ist... Das hab ich aber auch noch nicht erlebt. Wie haben sie das denn gemacht? Da oben ist, äh, der... Äh... Ach, hier ist ja Wasser. Ja. Da ist der... Äh, das, das Kind von einem der Entwickler der Map drin. Das ist jetzt nicht das beste Easter Egg, was ich jemals gesehen habe. Geh weg da. Komm weiter. Jens, wir müssen zusammenhalten hier. Wir sind, wir stecken zusammen in der Scheiße hier. Wenn ich dich haue, wenn ich dich auf den Arsch haue, dann geht's schneller. um durch hier naja hier betten und so weiter ach hier stopp stopp falsch hier fängt an ah moment meins 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 mein kart moment warte mal was warte mal was warte mal was da fängt an ja es sind portalwitze das sault von glados einfügen weiter okay ist also so sehr wichtig checkpoint aufmachen ja ha ha you are still capable test subject okay portalwitze hast recht ja fishing poles aber auch das sind ja ja das sind test chambers siehst du test chambers was müssen wir jetzt machen müssen wir ah ich sehe schon guck mal guck mal zu mir hey so du musst hier an die wand dann schmeißt du das ding da drüber und dann wenn du es richtig im richtigen winkel machst fällt es runter hier so wie das da hast du gesehen wo bist du denn hin easter egg holen äh ach und hallo weidemann ja hallo da ha 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 ah ah oh 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 sorry das das hat sich total angeboten ich ich kann nichts dafür das war einfach so ein niedererbes von mir. Guck mal, ich verbrenne dich jetzt auch aus Schatten. Alle deine Reflexe sind äh, sind nieder. Mindhüttesvoll-Minder, man. Du bist einfach ein niederes Venen. Nein, du bist ein Schwein und so. Du bist ein Nutztier. Und ich, äh... Ja, ich hab wenigstens Nutzen, im Gegensatz zu dir. Du bist nur ein Nutztier. So, Testchamber... Testchamber, one checkpoint. So. Das war's doch, ne? Die Diamanten-Testchamber. Kommen jetzt keine Faxen mehr hier? Telefon.